Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Einer Ihrer Mandanten, ein Gas-Wasser-Installateur, bittet Sie um eine betriebswirtschaftliche Beratung. Er will eine Niederlassung in Nürnberg in der Fernsberger Straße aufmachen. Nun will er wissen, ist die Lage gut gewählt? Ist die Konkurrenz in seinem Gewerbe groß? Kurzum, rentiert sich die Niederlassung auf Dauer? Bei Themen wie diesen hilft Ihnen die umfangreiche Wirtschaftsdatenbank DATEV Elektronisches Wissen Wirtschaft und Märkte. Schnell und zielführend. Für eine erste Auskunft bietet das Produkt zum Beispiel ein kartografisches Internetportal an. Hier haben Sie interaktiv Zugriff auf zahlreiche regionale Kennzahlen, Brancheninfos und Wettbewerbsdaten. Sie geben nur die Anschrift und die Branche Ihres Mandanten in die Suchmaske ein. Und schon erscheinen auf der Karte die Markierungen für alle Installateure im Umkreis von 5 bis 15 Fahrminuten. Sie sehen sofort, wie groß die Konkurrenz ist und ob der gewünschte Standort sich von der Lage her eignet. Vom Portal aus können Sie für die Wettbewerbsanalyse noch weitere Themen abrufen, die für den Mandanten relevant sein könnten. Zum Beispiel die Kaufkraft und das Haushaltsnettoeinkommen. Mit nur einem Klick auf das entsprechende Feld erscheint die gewünschte Information. Auch zwei Standorte lassen sich auf diesem Weg vergleichen. Auch zu weiteren Top-Branchen wie Handel, Handwerk oder Pflegeeinrichtungen bietet das elektronische Wissen Wirtschaft und Märkte viele Informationen und Kennzahlen. Branchenübergreifende Themen wie Unternehmensplanung oder Liquiditätsplanung sind in sogenannten Beratungsanlässen zusammengefasst. Hier finden Sie gebündelt alles, was Sie für ein erfolgreiches Beratungsgespräch brauchen. Darüber hinaus sind viele nützliche Arbeitshilfen und Checklisten für den Kanzleialltag enthalten. Und auch für die Weiterentwicklung Ihrer Kanzleistrategie bietet das Produkt viele anregende Informationen. Testen Sie DATEV elektronisches Wissen Wirtschaft und Märkte drei Monate lang unverbindlich und kostenlos. Kontaktieren Sie uns unter folgender Nummer.